Glaube ich. War das so? Ich mein schon. Ha ha. Auf nöt. Ähm... Ähm... Ich weiß nicht, ob man den auch hätte verfehlen können. I don't know that, buddy. Ähm... Okay. Die gehen anscheinend nicht kaputt. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Verbindung zwischen diesem kaputten Schwert und der Uhr im Erdgeschoss geben muss. Ja, natürlich. Und jetzt ergibt das Ziel, findet das gebrossene Schwert auch Sinn? Das gehört in ein Museum. Das ist doch nur ein Schwert. Beziehungsweise ist es ein Schlüsselstück. Wow! Wo kommen die denn her? Ähm... Vielleicht wäre es jetzt nicht ganz schlecht, sich aus dem Staub zu machen. Ja, jetzt wäre es ganz bestimmt nicht schlecht, sich aus dem Staub zu machen. Amerikaner, schnapp ihn nicht! Was? Schießt auf das Glatt! Schieht! Ähm... Falsch! Nein! Ist doch auch noch falsch! Wie soll ich denn da hochkommen, wenn die mich angreifen? Geht ja mal weg. Wenn ich mich einfach nur angreifst und ich das nicht gut finde. Nein! Ist geil, ne? Wenn man noch an ein anderes Spiel gewöhnt ist in dem Bezug. Das heißt, ich darf jetzt das ganze Level nochmal machen? Ja! Wie geil! Ich darf das ganze Level nochmal machen, nur weil die Steuerung so scheiße ist wie Marias Arsch. Ach, wie ich es lebe! Ja! Wir sehen uns, wenn ich da bin. Nochmal an dieser Stelle. Na geil! Der Amerikaner, schnappt ihn nicht! Ja! Und ich kann wieder nichts machen! Wie geil! Wie er einfach nur jeden Schuss trifft, ne? Es war schon wieder falsch! Verfickte Scheiße, Mann! Die Tür... Die Leiter ist dahinter! Wir brauchen... Wie geil! Wie geil! Ich kann einfach nichts machen! Wie geil! Ach, wie geil! Ich liebe dieses Spiel! Sowas von überhaupt nicht! Ich bin tot! Ja, aber klar! Gut, nochmal werde ich das nicht machen! Von daher... Ja, lasse ich euch einfach mit dieser unfairen Szene alleine und ja... Kann mich das Spiel mal bis zum nächsten Mal, was wohl erst sehr spät sein wird! So in einem Monat oder so werde ich wahrscheinlich erst wieder aufnehmen! Kann mich das Spiel mal... Verfickt nochmal! Sowas von derbsam Arsch lecken!